Der erste Reaktor des ältesten französischen Atomkraftwerks in Vessenheim ist erfolgreich vom Netz genommen worden. Die Abschaltung sei planmäßig verlaufen, so der Betreiber. Komplett vom Netz gehen soll Vessenheim Ende Juni. Das 43 Jahre alte AKW, unmittelbar an der deutschen Grenze, gilt unter Kritikern schon seit Jahren als Sicherheitsrisiko. Mit der Abschaltung reagiert Frankreich auf jahrelangen Druck aus Deutschland und der Schweiz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017